Was ist die Wahrheit über Hater? Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in nur sieben Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Sprechen wir über Hater. Wir brauchen eine Art körperlicher Hygiene. Deswegen waschen wir uns. Aber ich glaube, wir brauchen auch eine geistige Hygiene. Wir müssen wissen, wie wir mit negativen Feedback umgehen. Und dazu ist es wichtig, dass wir unterscheiden können, was ist Hate und was ist Feedback. Eine wichtige Wahrheit ist, Hater werden dich hassen, weil sie es wollen. Es gibt eine philosophische Idee dahinter. Du wirst keine Entscheidung treffen können, du wirst keinen Gedanken denken können, Du wirst keine Tat tun können, die andere nicht verletzt. Das geht nicht. Du verletzt immer einige Menschen. Jede Handlung hat ihren Preis. Selbst wenn du aus edelsten Motiven handelst und wirklich Gutes tust, wirst du trotzdem auch einige Menschen verletzen. Machen wir uns bewusst, jede erfolgreiche Person wurde irgendwann kritisiert, gehatet, unterschätzt, auch ausgelacht. Genauso wird es auch bei dir sein. Wenn du das schon erfahren hast, dann weißt du, was ich meine und darin liegt auch etwas Gutes. Es gibt zwei wichtige Prinzipien. Prinzip 1. Je klarer du für etwas stehst, umso klarer stehst du auch gegen etwas. Je klarer du für etwas stehst, umso klarer bist du auch gegen etwas. Im Marketing heißt das polarisieren. Und zu viele Menschen wollen diese Ablehnung nicht, die aus der Polarisierung kommt. Und darum wollen sie sich nicht klar für etwas äußern. Weil sie instinktiv wissen, wenn ich mich für etwas äußere, stehe ich auch automatisch gegen etwas. Ganz klar. Und wenn ich gegen etwas bin, was anderen aber wichtig ist, die das für gut finden und ich bin dagegen, dann werden sie mich kritisieren oder sogar haten. Aus diesem ersten Prinzip folgt, wir müssen aufhören, jedem gefallen zu wollen. Lass mich das so sagen, dass es sich dir einbrennt. Wir müssen aufhören, jedem gefallen zu wollen. Denn sonst gehen wir in der Masse unter. Für Unternehmer und Freiberufler gilt, du musst einzigartig sein. Einzigartig für deine Zielgruppe. Du musst im Gedächtnis deiner Zielgruppe bleiben. Und für Angestellte gilt das auch. Und auf diesem Weg darf es dich nicht stören, dass es Hater geben wird. Es darf dich nicht stören, dass du umso mehr Hater haben wirst, je sichtbarer du wirst. Nochmal, lass nicht zu, dass die Angst vor Hatern dich klein hält. Denn genau das wollen sie. Lass nicht zu, dass Hater Macht über dich haben. Im Gegenteil, lerne Hater zu nutzen. Du hast richtig gehört. Lerne die Energie der Hater für dich zu nutzen. Und das kannst du mit folgenden wichtigen Glaubenssätzen tun. Erstens, sag dir, Hater sind Menschen, die eigentlich so sein wollen wie du. Die es aber nicht sind. Und die ihre Wut und ihren Schmerz und ihren Hass darüber auf dich lenken. Daraus folgt der zweitwichtigste der wichtigen Glaubenssätze. Der Hater meint gar nicht dich. Auch nicht mich. Mit seinem Hate drückt er aus, was er selber ist. Er sagt deutlich, was er selber nicht kann und was er selber nicht tun will. Hate ist also gar keine Aussage über dich und über mich. Es ist eine Aussage über den Hater. Drittens, wenn du sichtbar bist, bist du Spieler. Du bist in der Öffentlichkeit. Hater dagegen sind Zuschauer. Die sind im Dunkeln. Die kauern da im Dunkeln. Die beobachten dich und ärgern sich darüber, dass du deinen Traum lebst. Und die sich darüber ärgern, dass sie selber im Dunkeln sind. Weil sie aber den Mechanismus des Hates zu einer treibenden Kraft in ihrem Leben gemacht haben, werden sie den Teufel tun, sich selber sichtbar zu machen. Sie wissen ja, was das bedeutet. Sie bleiben im Verborgenen und schicken so ihren Hate von der Dunkelheit aus. Und je mehr sie das tun, umso mehr haten sie dich. Und je mehr sie dich haten, umso dunkler wird ihre Welt. Und umso mehr meinen sie, sich selber beschützen zu müssen. Diesen Mechanismus müssen wir verstehen. Viertens, Hater aktivieren deine Freunde. Wenn du auf Social Media Kommentare über mich liest, die negativ sind, dann siehst du sofort, dass ich verteidigt werde. Es ist also tatsächlich so, dass du für jeden Hater, den du hast, 50 oder 100 oder noch mehr aktive Freunde hast, zumindest auf deinen Kanälen. Und diese Freunde werfen sich vor dich. Die bilden eine Mauer vor dir. Und diese Mauer von Freunden, die hilft dir, dass du erstaunlicherweise noch sichtbarer wirst. Das ist ja klar. Eine große Mauer ist leichter zu sehen als ein einzelner Mensch. Während Hater dir schaden wollen, helfen sie dir in Wahrheit. Sie aktivieren deine Freunde. Sie machen dich sichtbar. Es gibt fünftens noch eine weisere Sicht auf Hater. Du weißt, es gibt immer noch eine tiefere, weisere Dimension. Und die lautet, Hater wollen von dir überzeugt werden. Sonst hätten sie sich gar nicht auf deinen Kanal verirrt. Und sie haten dich dafür, dass du es nicht schaffst. In meinem Fall heißt das, der Hater möchte tief in sich schon gerne glauben, dass Geld für ihn gut ist. Und er möchte auch gerne reich werden. Deshalb kommt er auf meinen Kanal. Möchte ein besserer Businessmann werden. Bessere Businessfrau. Möchte gerne besser Marketing verstehen. Besser kommunizieren können. Deswegen kommt er auf meinen Kanal. Wenn ich ihn aber nicht überzeugen kann, dann steigert das seinen Hate. Und das wiederum bedeutet für mich, ich will besser werden. Ich will lernen, diesen Menschen noch bessere Wege zeigen zu können. Dass sie erkennen, Geld ist nicht schlechtes Quatsch. Geld ist neutral. Geld ist das, was wir daraus machen. Geld hat eine Lupenwirkung. Auch ein Unternehmer ist nicht schlecht. Es ist das, was er daraus macht. Du kannst Krankenhäuser bauen oder kannst irgendeinen Quatsch mit der Kohle machen. Es zeigt nur noch mehr unseren Charakter. Gutes Business hat also auch eine Lupenwirkung. Es zeigt noch mehr den Charakter des Gründers oder der Gründer. Hater zeigen dir, du hast noch viel zu tun. Echt viel zu tun. Sie zeigen dir, wir sollten besser werden. Immer sichtbarer. Immer klarer in unserer Sprache. Wir sollten unsere Materie immer tiefer durchdringen, damit wir auch den Hatern helfen können. Würde uns das gelingen? Hin und wieder ja. In vielen Fällen nein. Aber auf diesem Weg werden wir selber immer besser für unsere Freunde. Auch für unsere Freunde. Und auch für die neutralen Menschen, die uns noch gar nicht kennen. Ein wichtiger Tipp, der das, was wir bis jetzt gesagt haben, zusammenfasst, ist, bleib rational. Lass nicht zu, dass ein Hater dich emotional ansteckt, sondern schau dir rational die fünf Punkte an, die dir helfen, Hatern als der Mensch zu begegnen, der du sein willst. Und der du auch in Wahrheit bist. Lass niemals zu, dass ein Hater in dir Zweifel schafft. Denn Zweifel rauben dir deinen Fokus und deine Produktivität. Frage dich bei allen Hatern, wie kann ich durch den Hate stärker werden? Wie kann ich besser werden? Wie kann ich noch mehr Menschen helfen? Wie kann ich noch klarer und sichtbarer werden? Und vor allen Dingen mach dir bewusst für jeden Hater, den du hast, hast du mindestens 100 positive Freunde, wenn du es richtig machst. Konzentriere dich auf diese Freunde, auf diese Kunden. Und das ist das zweite Prinzip. Fokussiere dich auf dein positives Kundenfeedback und arbeite mit diesem Feedback. Woran erkennst du den Unterschied zwischen Hate und konstruktivem Kundenfeedback? Hater sprechen einfach negativ und sehr emotional über dich. Sie nennen keine Fakten. Sie sagen dir im Grunde genommen, du bist abartig, du bist dreck, du bist böse, du bist das Ekelhafte in dieser Welt. Kundenfeedback ist etwas ganz anderes. Hier wird eine Erfahrung mit dir beschrieben, Resultate beschrieben. Das ist meistens positiv. Es kann aber auch schon mal negativ sein. Also nimm fundierte Beschwerden bitte ernst. Wenn dein Geschäft nicht zu groß ist, dann ruf diese Menschen persönlich an. Entschuldige dich. Entschuldige dich, wenn du sie verärgert hast. Das wolltest du ganz sicher nicht tun. Entschuldige dich, wenn du frustriert hast. Entschuldige dich, wenn du sie frustriert hast. Dafür bist du ja nicht angetreten. Und bedanke dich, dass sie den Mut hatten, dir das so offen zu sagen. Und überlege dann gemeinsam mit diesem Kunden, wie du ihm helfen kannst. Wie du das wieder gut machen kannst. Bedenke immer auch, von den hochzufriedenen Kunden melden sich nur wenige bei dir. Das faktisch klarste Feedback sind hingegen deine Verkaufszahlen. Wenn du viel verkaufst, dann hast du irgendwas richtig gut gemacht. Dann ist dein Marketing gut, dann sind deine Produkte gut. Du hast vorher Vertrauen geschaffen und du bist sichtbar. Darauf solltest du dich aber nicht ausruhen. Wenn es dich interessiert, wie du sichtbarer werden kannst, dann geh einfach auf die Bio. Schau auf den Link, den du da findest oder in der Beschreibung. Da erfährst du einige Grundsätze über Sichtbarkeit, die dir sehr helfen werden. Rufe aktiv deine Kunden an und frag sie auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut war das Produkt, das du von mir gekauft hast. Und dann stell ihnen die 1-Millionen-Euro-Frage. Und die heißt, was muss ich tun, damit du mir zukünftig eine glatte 10 gibst? So hast du Chancen, deine Produkte immer besser zu machen. Sie immer weiter zu verbessern. Du hast Chancen, positive Feedbacks zu bekommen. Wenn du aber nur die Hates liest, dann kann es passieren, dass 100 positive Kommentare in deinem Kopf nicht hängenbleiben, aber die zwei Hates stimmen. Lass das nicht zu. Beschäftige dich aktiv mit positivem Feedback. Es ist wichtig, dass du den Zusammenhang zwischen Hate und positivem Feedback erkennst. Lass jeden Hater für dich eine Erinnerung sein, dass du dich noch mehr auf das positive Feedback konzentrierst. Das brauchen wir alle. Wir brauchen Kraft. Wir brauchen Motivation. Und natürlich soll unsere Motivation von innen kommen. Aber damit sie das kann, brauchen wir schon das klare Feedback von unseren Kunden. Dass sie zum Beispiel sagen, was du machst, hat mir sehr geholfen. Ich war in einer schwierigen Situation, dann habe ich das gehört, das erlebt. Das hat mir echt Kraft gegeben. Wir brauchen das Gespräch mit unseren Kunden, um zu erfahren, was kann ich besser machen. Lerne also, dein positives Feedback zu steigern. Lerne, Hate zu nutzen. Und denk an die fünf Glaubenssätze über Hater, die dir möglicherweise sehr helfen können. Erstens, sage dir, Hater sind Menschen, die eigentlich so sein wollen wie du. Zweitens, der Hater meint gar nicht dich. Mit seinem Hate drückt er aus, wie er selber ist. Drittens, wenn du sichtbar bist, bist du ein Spieler. Hater dagegen sind Zuschauer, die irgendwo im Dunkeln kauern. Viertens, Hater aktivieren deine Freunde. Sie machen dich noch sichtbarer. Und fünftens, Hater wollen von dir überzeugt werden. Sie helfen dir, besser zu werden.